5.000 Dollar Turnier und der Knüppel spielt heute das größte Turnier in seiner Karriere. Meine Damen und Herren, Knüppel war schon dreimal scheißen in der letzten Stunde. Ja, dreimal hat er schon gekackt. Der Stift geht ihm. Er spielt das größte Turnier in seiner Karriere heute Abend, das 500er. Meine Damen und Herren, hier ist er. Hier ist der einzig wahre. Herzlich Willkommen, Knüppel! Guten Abend! Warst du heute schon dreimal kacken? Habe ich es richtig gelesen? Ich war jetzt schon öfters auf WC. Wir machen uns warm, Knüppel. Mach deine Übung. Mach deine Übung. Was für Übung? Warm-up! Warm-up! Wir gehen rein. Angenommen, Knüppel, du würdest jetzt echt sowas gewinnen. Was würde sich in deinem Leben verändern? Eigentlich nichts. Gar nichts? Immer schön den Urlaub machen. 3, 2, 1, go! Jetzt! Wir sind drin! Ey, das wird ein schöner, ruhiger Stream. Das wird ein schöner, ruhiger Poker-Stream. Und Knüppel, egal. Weißt du, was wichtig ist? Einer von uns ins Geld kommt, wäre das ein Highlight in unserem Leben, ne? Einer von uns im Geld wäre ein Highlight. Knüppel, du darfst dich nicht gleich immer so aufregen, weißt? Nee, du musst ruhiger werden. Ja, ich weiß. Wäre es eine Acker-Enttäuschung, wenn du nicht ins Geld kommst? Ja, ne? Ja. Nein, ey, Knüppel. Knüppel, ich glaube, da muss man sich frei machen von. Ich gehe auf jetzt spielen. Warte, ja, warte, hast du Ticket, Tausender-Ticket. Du hast ein Tausender-Ticket. Also. Warte, warte. Ich habe 1.000 Euro-Ticket. Alter. Oh, ich muss folgen. Drei. Zwei. Eins. Go! Go! Ich bin drin. Wir sind nicht am gleichen Tisch. Ich habe 20. Ey, wir haben nur jeder 20 Pickplats. Knüppel, das wird die schnelle Nummer. Knüppel, ich bin all in dem 5K. Chat, ich bin all in dem 5K. Ich bin all in dem 5K. Mann, irgendwann brauche ich auch den Call. Ich habe Arzt, Bube! Ich habe Arzt, Bube! Nein! Bube! Bube! Abgehen! Abgehen! Ey, das teuerste Turnier, jetzt sind wir raus. In 5.000 sind wir raus. Du brauchst jetzt nichts mehr machen und wirst 1.000 Euro gewinnen. Ne, 2.400 Dollar ist der Mincash. 2.400 Knüppel! Hör mir zu, es müssen noch ausscheiden. 70 Leute, dann hast du 2.400 auf dem Konto. Es wird dann weitergespielt, es beendet erst um 4 Uhr. Oh, Knüppel, ich bin da. Jawoll! Mann! Das war Bluff, ne? Du hast komplett geblufft. Nein. Gut. Ich bin der mit den kleinsten Chips im Turnier. Ich habe am wenigsten Stack Knüppel von allen. Von den letzten 166. Ich muss rein. Ich muss rein. Ich muss rein. Ob die Leute das überhaupt verstehen, was wir hier... Erklärst du mal, ich rauche einen, erklär du mal. Für mich ist das super lativ erreicht. Ich kann es nicht mehr wiedergeben. Ich bin raus aus der Nummer. Ich kann nur noch versuchen, das echt zum Ende zu bringen. Danke, Leute. Echt. Echt danke. Ich bin im Moment Platz 62. 147 sind noch drin. Ich glaube, 134 kommen ins Geld. Unser Ziel ist jetzt ganz einfach Geld erreichen. Und dann nächster Step, nächste Preisstufe. Und dann werden wir riskieren wieder. Wir haben beide 2426 Dollar jetzt schon sicher. Das ist so krass, ey. Ich bin allein. Bist du allein? Ich bin allein. Ich bin allein. Ich bin allein. Ich bin allein. Achtung, jetzt geht die Reise... Wie weit geht die Reise jetzt noch von Knüppel, ne? Wir sind live dabei. Bars König! Jawoll! Knüppel, guck mal auf dein Konto. 2063 Euro schon drauf. Ja! Ja! Es ist drauf! Es ist drauf! Komm! Fiste mich! Ey! Fiste mich! Fiste mich, ey Knüppel! Fiste! Fiste! Jawoll! Knossi, ich bin allein. Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Zwei Damen beim Knüppel! Holt! Holt! Zwei Damen! Holt! Jawoll! Yes! Leck mich am Arsch! Der zweite Frühling! Jetzt geht's doch mal los hier! Knüppel, ich bin allein. Open Race UCG, aber ich bin allein. Ich bin allein. Entweder gehe ich jetzt weiter oder werde 49. Es ist halt so. Arsch König gegen Arsch Dame! Holt! König! 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 Warum? Platz 49 wie die Lottozahlen. Du bist wieder, wieder vorne gewesen, ne? Ey Knüppel, jetzt liegt's on you. Jetzt liegt's on you, mein Lieber. Ey, ich bin mega happy. Bei allem, wie das jetzt hier gelaufen ist. Wir haben alles erreicht heute. Jetzt fehlt nur noch einer am Finale. Yes! Jawoll! Ich mein Knüppel, schminkt heute noch irgendwas kaputt. Knüppel! 4 Minuten und dann spielst du morgen das größte Turnier für dich aller Zeiten. Du wirst kurz davor sein, den größten Cash of all time deiner Karriere zu machen. Du hast die Chance morgen 160.000 Dollar zu machen. Du hast jetzt schon 4.444 Dollar sicher plus 25.000 Euro Platinum Pass. Das ist deine Woche. Du kannst morgen, du schläfst aus bis 14 Uhr wie ein Harzer. Dann Warm-Up. Frühstück. Frau macht Kaffee. Orangensaft. Bereitet dich vor. Ja! Es ist vorbei, Knüppel! Du bist in Tag 2! Yes! Eingetütet, Leute! Mega geil! Danke! Du hast es geschafft, Knüppel! Du spielst morgen mit den letzten 31 Spielern um 161.000 für den Sieger, Knüppel. Es geht los, erster Hand! Knüppel ist schon eine große Entscheidung, so wie er aussieht, oder was? Ich guck mal kurz. Was? Ja. Erster Hand? Ich kann nicht die Pokerwelt hassen, aber das schmeiß ich nicht weg. Jedenfalls nicht im Big Band. ASTAM! ASTAM! Nein! HOLD! 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 Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mein Herz! Knüppel, wie er noch zwei Diamonds sieht! Der Typ! Mann! Erste Hand geht der rein, aber er muss rein! ASTAM! ASTAM! Was wird das heute wieder für ein Stream! Wieder einer rausgeflogen! 23 Teilnehmer, Knüppel! Sechs noch! Für deinen größten Cash deiner Karriere! Und du stehst gut im Saft! BAST OUT! 21 Spieler noch Knüppel! BAST OUT! Ist da! All in! Am Nachbartisch! All in! O'Koll! Arme Sechs gegen ASTAM! Und wenn das nicht mit dem Teufel zugeht, haben wir! Sind wir, bist du in den Top 20! Spielern Knüppel! Glückwunsch! BAM! All in! O'Koll! Am Nachbartisch! Kevin geht rein! Kevin aus Schweden gegen Simon aus UK! All in! Auch an unserem Tisch! BAST OUT! An unserem Tisch! Konetti Koll ist raus! Runde auf 19 Spieler! Jetzt geht Schlag auf Schlag! Schlag auf Schlag! ASTAM! Schlag gegen Buben! Die Dame ist da! Wenn der Bube kommt! Kommt nicht! Double up am Nachbartisch! Wir sind runter auf 19 Spieler Knüppel! Du bist jetzt der Letzte in der Liste! Alle Shorties jetzt verdoppelt! Am Nachbartisch! Die kleinen Stacks haben leider verdoppelt! Ich sehe hier! Es gibt noch einen mit 12,63 Big Lines! Ja, aber ganz knapp noch vor dir! Du bist in einer Liga mit den 12 Big... Es sind ein paar... Drei Leute! Ihr seid zu dritt! Um den Dreh um 12... 13 Big Lines! Zu dritt seid ihr! Es muss sich nicht unter Druck setzen! All in! An einem Tisch! Ich glaube, das war Karma, das ich gefolgt habe! Und der Call! Riesenpot! Vierer gegen Aston! Hold! Jawoll! Knüppel! 18 Spieler noch! 18 Spieler! Ich hätte die Hand verloren, Leute! Ich hätte die Hand verloren! Oh Gott sei Dank! Es sind nur noch zwei Tische am Start, Chat! All in! Ich bin an einem Tisch! Ich überspringe die Blinds! Wie geil ist das denn? Ja! Geil! Doch gespart! Und du siehst! Guck mal! Roman an einem Tisch mit 10 Big Blinds! Du bist nicht mehr letzter an der Tabelle, Knüppel! 15 Leute! GG! Gut gespielt! 15 Spieler! Humukulu! Good Game! Knüppel gleich Finaltisch, sagst du? Ja! Knüppel gleich unter dem letzten äh... Finaltisch! All in und Call! Knüppel wichtig! Ass oder Bube! Ass! Jawoll! Holt! Jawoll! Ja! 14 Spieler, Knüppel! Einer noch! Du hast 8000 sicher! Das gäbts nicht! 10 Big Blinds! Und wir haben all in und Call! All in am Nachbartisch! Kein Call! Knüppel! Bevor du überlegst! All in am Nachbartisch! Aber kein Call drüben! Ja alt! Das macht ja nichts! Ich muss trotzdem rein! Ich bin all in! Nein! Doch! Ich bin all in! Okay Nachbartisch! Action ist vorbei! Kein Call! Knüppel all in! Und der Big Blind überlegt noch! Jawoll! Wichtig! Acht mehr für Knüppel! Ja! 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 Schnell abholt! Schnell abholt! Achter! 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 Ja! Jawoll! Knüppel 8000 sicher! 8000 sicher! Knüppel! 8000 sicher! 13 Spieler noch! Das ist ja Wahnsinn! 13 Spieler! Wir sind mit 31 gestartet! Finaltisch! Das gibt's nicht! Du bist 12 Plätze! Entfernt davon vor 160.000 Dollar! Ich will nicht nur verrückt machen! Mach jetzt mal keinen Stress hier! Ja! 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 Jawoll! 12 Spieler noch! Knüppel! Knüppel! 12 Spieler noch! Ich muss jetzt einmal die Preisstufe gucken! Die Chat will's wissen! Nächstes Preisgeld! Du kriegst! Ist jetzt 5-stellig! Knüppel! Ab Platz 9! Ja! 10.000! Für den 9. Platz gibt es 10.982 Dollar! 5-stellig! Für Platz 9! Du bist 3 Plätze davon entfernt! Wahnsinn! Und dann ist Finaltisch! Dann gibt's nur noch einen Tischchat mit allen! Sorry Leute! Knüppel! Knüppel! Neuer Rekord! 65.000 Zuschauer! Neuer Rekord! Ich sehe 75! 75.000! Ja! Ich muss doch mal ein Handtuch holen lassen! Pokerstart! Schreibt das in eure Geschichtsbücher! Go! Werniazza! 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 Wir sind gleich exorbitant! Angenommen! Du bist unter den Top 9! Jeder Preissprung! Platz 8! 5.000 mehr! Platz 7! 21.000! Platz 6 gibt schon 30.000 Dollar! Platz 5! 42.000! Platz 4! 59.000! Platz 3! 83.000! Platz 2! 117.000! Und der Sieger! 164.000! Jetzt geht's wirklich um alles! All in! Und Bastaut am Nachbartisch! Zehn Spieler! Bastaut am Nachbartisch! Knüppel! Einer muss noch raus für Finale! Für 10.000 Euro Knüppel! Bastaut am Nachbartisch! Ass 4 gegen König 2! Kommt Drilling 2er! Ja! Dann bin ich's halt! Ich stell's rein! Gewoll! Es wird Hand für Hand gespielt! An beiden Tischen beginnen jetzt die Hände gleichzeitig ausgeteilt zu werden! Knüppel! Du bist unter den besten 10 Spielern im Turnier! Wer jetzt rausfliegt, geht noch mit 8.100 Dollar heim! Alle anderen Neuen haben 10.000 Dollar sicher! Preissprung von 2000! Und Finaltisch! Ist jetzt drin! Ich... Ich... Ich stell's rein! Knüppel in! Callister König 10! Dame! 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 Ja! 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 Das war die Hand deines Lebens! Das war die Hand deines Lebens! Das kann nix sein! Ich werde da nie vergessen! Diese Hand wird Knüppel nie vergessen! Nie! Die Hand wirst du nie vergessen! Knüppel, niemals! Knüppel, spielt Hand, Ruhe! Ruhe! Ja, ich hab's gewusst! Ja! 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 Das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ich sehe die scheiß 3 bei ihm. Knüppel-Rivers. Beruhigen jetzt. Beruhigen jetzt, Schett. Beruhigen jetzt. Du bist Platz 6 in Chips. Ganz ruhig. Was haben die denn da für einen Dreck? Final Table. Final-Tisch erreicht. Ja, 11.000 Dollar. Sicher, Knüppel. Scheint einer aus, kriegst du 15.000. Ganz vorsichtig. Jawoll. Ja. Zweite Barm-River. 44. Big Blights. Platz 3. Knüppel, der River. Da ist aber auch noch mal der Schlüpper gerutscht. Da hat der Schlüpper noch mal gezwickt. Alles richtig, Knüppel. 15.000 Dollar, Knüppel. 15.000 Dollar. Sicher. Mit Call mit der Stamme. Holt. 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 Knüppel eliminiert den Knüppel. 22.000 Dollar. Sicher. Knüppel macht sich zu 22.000. All-in. Ramm-Aster. Ja, stimmt. Goll. König oder Bube. Ja. Holt. 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 Ja. 30.000 für Knüppel. 30.000. Ja. Knüppel 30.000. Was ne Reise. Pause. Und die war wichtig. Und diese Pause. Knüppel. Die bringt dir 30.000 Dollar. Diese Pause. Das gibt's nicht. Knüppel. Ey, der Knüppel ist einfach weggegangen. Der Knüppel ist einfach weggegangen. Leute, nach der Pause geht's weiter. Wenn der Move durchgeht, ist alles gut. Ach, der geht's nicht. Ja. Knüppel. 42.000. Knüppel. 42.000. Wo sind die Hater jetzt? Wo sind die Hater? Was soll der größter Win? 4 Dollar. Holt. 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 Ja. Waa. Knüppel. 59.000 Dollar. Knüppel. 59.000 Dollar. Alle, alle Hater. Knüppel. In drei Minuten. Um 30.000 Reiser. Reicher. Knüppel, du hast jetzt 60.000. In drei Minuten. Holt. 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 Sechs, sieben, gegen Ass, zehn. Sechs, Ass, 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 zehn. Holt. Holt. Ja. Woll. Wir ficken sie alle heute. Jawoll. Tiger, in the period of time. Baby. Die große Reise des Knüppels heute Nacht. Spiel dein Ding weiter. Lass dir nichts erzählen. Hier, gut. Diese Szenen sind unglaublich. All in vor Knüppel. Ass, 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 ja. Ja, 25.000 Big Blind. Die Ass im richtigen Moment. Wo sind die Hater? Wo sind die Hater? Du siehst wieder, du kennst ja das Spiel unter vier. Du kennst ja das Spiel. Knüppel, All in. Knüppel, was hat Knüppel? Ass da am Hoh. Ass da am Holt. Ass da am Holt. Ass da am Holt. Garo. 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 Ja. Passt du. Der 80.000 für dich, Knüppel. 83.000 für dich. Cash in deine Tasche. Du hast diese Woche in zwei Tagen schon 100.000 Euro gewonnen. Knüppel, du hast in zwei Tagen 100.000 gemacht. Spiel weiter, Knüppel. Spiel dein Ding. Spiel dein Ding. Wahrscheinlich nicht, ne? Hat keiner angeklickt, ne, Knüppel? Nein. All in. Damit zähn. Bube. 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 Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 116.000 sicher Knüppel. 116.000. Knüppel. Wir gewinnen das Ding jetzt. Jetzt gewinnen wir das Ding. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Knüppel. Chet. Knüppel ist im Headz-Up. 110.000 Dollar. 117.000 Dollar sicher. Der Sieger kriegt 160.000. Hallo. Leider ist die Audio der entscheidenden Runde entfernt worden. Ich versuche das so gut wie möglich zu imitieren. Knüppel. Jetzt hol ihn dir. Oh mein Gott. Ass. 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 Bring. Ass. Gib ein Ass. Oh mein Gott. Nein. 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 Scheiße doch nicht. Verdammt. Das war's ja komplett. Das gibt's ja nicht. Schaden nur 117.000. Gar kein Bock. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. König 3. König. Holt. 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 3. König. Auf ein. Knüppel. Oh Knüppel. Knüppel. Sei nicht traurig. Sei nicht traurig. Knüppel. Traurig. 117.000 Dollar für Knüppel. Ja Mann. Oh Knüppel. 117.000 hast du gewonnen. Oh Knüppel. Oh Mann. Ich bin am Ende. Wollen wir mal Prost machen? Ey Knüppel komm her. Du bist doch ein Wahnsinns Typ ey. Willst du mal zu mir kommen? Oder was? Willst du mal rankommen einmal? Ja komm her. Komm her mein Lieber. Komm her rüber. Ich bin da mein Scheiß. Ich bin da. Zum Wohl mein Lieber. Zum Wohl mein Lieber. Zum Wohl mein Lieber. Warte warte. Warte nicht so weit raus. Hallo. Jawohl. Zum Wohl mein Lieber. Zum Wohl. Zum Wohl mein Lieber. Zum Wohl mein Lieber. Zum Wohl mein Lieber. Heinz.